Du kennst dich aus im Netz? Bist in sozialen Netzwerken aktiv und fit im Umgang mit ihnen? Dein Handy oder Smartphone ist ein ständiger Begleiter? Du möchtest anderen dein Wissen zur Verfügung stellen und vielleicht auch noch selber etwas dabei lernen? Wenn du zwischen 16 und 20 Jahren alt bist, dann bewirb dich jetzt und werde InfoScout für Watch Your Web. Als InfoScout bist du in den sozialen Netzwerken aktiv und hilfst anderen bei Fragen im Umgang mit dem Netz, den Communities und Smartphones. Genau, schreib uns, warum du InfoScout werden möchtest und fahr mit uns nach Berlin zu unserem Workshop vom 12. bis 14. April 2013. Bis zum nächsten Mal.